Femme Fatale, ihren feuchten Nylons ausgeliefert. Als Geschäftsführer sollte er es nicht tun, doch Gerald kann nicht anders. Immer wieder verfällt er der erotischen Anziehung seiner Angestellten Lou und verabredet sich im Keller der Firma mit ihr. Sie ist die personifizierte Femme Fatale. Mit ihr wird sein unbändiges Verlangen nach urin-nassen Strumpfhosen zur aufregenden Realität. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage